Hallo ihr Lieben, ich traue mich heute mal wieder an das Töpfern mit so einem lufttrocknenden Ton. Ich hatte ja, wer mein anderes Video schon mal gesehen hat, ist schon eine Weile her, ziemliche Probleme mit dem Ton. Und ich kann vorwegnehmen, ich mag das Set. Es hat bestimmt seine Mängel, die ich aber, glaube ich, eher auf mich führe. Dass es zum Beispiel ein bisschen gerissen ist beim Trocknen und wie gesagt, aber ich glaube, das liegt wirklich mehr an mir, auch wie die Ergebnisse logischerweise aussehen, weil der Ton töpfert sich ja nicht von alleine. Aber im Set ist soweit alles drin. Das heißt, da sind die Farben, die beiden Töpfchen, die unten stehen, der Ton, den ich gerade, genau, der Ton, den ich gerade reingezeigt habe in die Kamera. Und das ganze Werkzeug ist mit drin. Was ich halt persönlich sehr, sehr gut finde. Ich habe nicht viel von dem Werkzeug benutzt, aber ich wusste, dass ich es da habe und dadurch, genau. Aber wie gesagt, die Farben sind drin, man hat eigentlich alles. Für mich hatte ich jetzt rausgefunden, ich habe so eine große Silikon-Bastelmatte und mit der bin ich jetzt auch ganz gut klargekommen, dass mir nicht alles immer extrem festklebt. Und ich weiß nicht, ich hatte damals angefangen, das Ganze auf einem normalen Tisch zu machen. Und da ist mir wirklich alles angeklebt, auch auf anderen Untergründen. Es war eine Vollkatastrophe für mich. Und ich habe jetzt zwei Sachen letztendlich gemacht als Projekt. Das andere Projekt zeige ich euch später. Und mit diesem Projekt habe ich ein DIY nachgemacht von der Kallikesi. Und ich verlinke es euch auch, da könnt ihr gerne schauen. Die hat immer ganz tolle Ideen. Ich freue mich jedes Mal, ist so ein netter, sympathischer Mensch. Und freue mich einfach, wenn sie ihre Videos in der Regel auf dem Samstag hochlädt. Und ich lade ja sonntags hoch, also wir kommen uns nicht ins Gehege. Wer also zweimal am Wochenende DIYs sehen möchte, der darf gerne uns beiden folgen. Ich kenne sie übrigens nicht. Ich folge ihr nur schon relativ lange und freue mich, wie gesagt, über ihre Ideen, über ihre Gedanken. Sie lädt ja auch mal andere Sachen hoch und dementsprechend, ja. Und dieses DIY hat sie schon vor einer Weile gemacht. Und ich habe es schon mal probiert. Das war für mich aber auch jetzt nicht ganz so das wahre vom Ei oder das gelbe vom Ei. Aber letztendlich habe ich es jetzt einfach gedacht, ich probiere es nochmal und diesmal nicht mit Fimo-Knete, sondern mit diesem lufttrocknenden Ton. Und ich habe diesmal auch das Ganze alles ein bisschen kleiner gemacht. Es geht um Blumen letztendlich. Dafür mache ich gerade die kleinen Murmeln. Dieser Ton, der lässt sich unglaublich gut verarbeiten. Er ist nicht so hart. Er ist schön angenehm von der Konsistenz her. Und dadurch kann ich das Set nur empfehlen. Ich habe es über Instagram immer als Werbung gesehen. Und dadurch bin ich eigentlich drauf gekommen, dass ich lufttrocknenden Tonen nochmal eine Chance geben möchte. Das ist immer gar nicht so einfach, das Ganze dann immer so nochmal zu machen. Aber ja, wie gesagt, ich forme jetzt hier ganz viele Murmeln und nehme dann auch ein bisschen das Tempo auf. Ich habe versucht, so viel wie möglich drin zu lassen, aber es geht natürlich nicht alles. Und ich habe vieles auch mit ein bisschen mehr Tempo gemacht, aufgrund dessen, weil das einfach sonst ein viel zu langes Video geworden wäre. Und ich bin kein Fan selber bei Videos von, weiß ich nicht, einer halben Stunde. Für mich ist das manchmal schon ganz, ganz, ganz anstrengend, das Ganze dann wirklich auch zu schauen bei anderen. Aber da ist jeder anders, falls ihr selbst euch das gerne mal wünscht, dass die Videos ein bisschen länger sind oder ich das Original-Tempo dann drinne lasse. Sagt mir gerne Bescheid in den Kommentaren, dann werde ich das natürlich auch mal berücksichtigen. Und ich versuche ja immer so gut wie möglich, Wünsche, Anregungen einfach auch mal auszuprobieren oder eben auch mal zu berücksichtigen. Gerade Wünsche sind halt immer wieder mal in den Kommentaren, wo ich dann halt natürlich mich freue und das Ganze dann tatsächlich ausprobiere. Übrigens, die Murmeln, ich habe die ja jetzt zu so einer Lume zusammengedrückt, mir sind beim Trocknen ein, zwei so ein bisschen abgefallen. Die habe ich dann später mit so ein bisschen Kleber zusammengetan. Mit dem gleichen Kleber habe ich auch das Ganze dann auf meiner Oberfläche festgeklebt. Und wie gesagt, ich finde diesmal das Ergebnis besser, deswegen werde ich euch das andere nicht zeigen. Das habe ich immer noch hier im Petto gehabt. Und ich muss sagen, das andere war einfach eine Katastrophe für mich. Ich mochte es nicht, habe es also dementsprechend auch bisher nicht veröffentlicht gehabt, weil ich einfach dachte, das funktioniert sowieso nicht. Und genau, aber dieses Ergebnis mag ich. Es ist nicht hundertprozentig. Wie gesagt, ich bin kein Meister, ich probiere Sachen aus. Jeder ist ja so ein bisschen anders talentiert und dadurch probiert euch da gerne mal aus. Ich habe noch beim anderen Projekt, es ist tatsächlich auch so, es ist nicht perfekt, aber ich mag es irgendwie trotzdem. Und ja, hier ist der Spiegel, wo ich das Ganze nachher raufklebe. Ich habe es auch so ein bisschen da dann schon angeordnet und zu schauen, wie viele Blumen brauche ich. Ich habe später die ganzen Blumen noch miteinander verbunden mit so einer Schlange, sage ich jetzt mal, mit so einer Rolle. Werdet ihr gleich sehen, wenn ich fertig bin. Und wie gesagt, ich habe jetzt alles ein bisschen schneller gemacht, damit es ein bisschen nicht die Zeit drückt. Während ich noch so die Murmeln mache. Vielleicht habt ihr noch Ideen, schreibt sie mir gerne rein und freue mich natürlich, dass ihr da seid. Vielen lieben Dank. Ich bin immer wieder verwundert, dass wir tatsächlich auch schon ein ganz kleines bisschen immer gewachsen sind. Immer Schritt für Schritt und vielen lieben Dank. Wir sind über 650 Abonnenten aktuell und freue mich über jeden Abonnenten. Ich freue mich über jeden Kommentar und auch einen Daumen nach oben. Ich weiß, dass oft die DIYs oder die Videos mit dem Epoxy-Tart sehr weit oben stehen. Da ich aber alles unglaublich gerne mache, gibt es bei mir ein bisschen Abwechslung. Ich habe gefühlt alles auf diesem Kanal. Angefangen hat es ja mit Musikvideos, wo ich immer auf Konzerten war. Hauptsächlich so kleine Bands in Locations, die einfach ein bisschen übersichtlicher sind. Ich bin kein Fan von großen Locations wie Mercedes-Benz Arena oder irgendwie sowas. Ich bin tatsächlich unglaublich gerne einfach in den kleinen Locations, wo man einfach ein bisschen familiärer unterwegs ist. Ich habe zwei Locations, wo ich unglaublich gerne hingehe, weil da ist einfach schon... Wir kennen uns, wir haben da einfach eine ganz andere Art. Man kommt rein und man fühlt sich gleich ganz toll aufgehoben. Und dementsprechend jetzt im Winter sind es meistens auch ein bisschen mehr Auftritte, wo ich hingehe. Und freue mich da einfach. War gestern auch weg, beziehungsweise vorgestern, wenn ihr das Video seht. Und ich war also am Freitag weg. Freitag, den 13. Jippie! Und ja, ich muss ein bisschen aktuell schauen. Ich habe aktuell ein ganz großes Arbeitspensum auf Arbeit und muss da ein bisschen schauen, dass ich da meine Zeit gut kalkuliere. Und das kann sein, dass ich jetzt irgendwann tatsächlich mal eine Woche nicht hochlade. Aber aktuell für mich gehört es irgendwie als Ritual dazu, einfach meine Videos zu machen fürs Wochenende. Also vielleicht passiert es auch gar nicht. Aber ich wollte zumindest ankündigen, dass es mit eventuell keine Unklarheiten sind. Wo ist sie denn? Warum kommt denn gar kein Video? Und aber ja, ich sehe gerade, ich habe gerade so eine Idee, dadurch da diese Schlange ja so lang ist, hätte ich das Blümchen natürlich auch da drauf packen können. Aber gut, das kam mir jetzt erst. Aber ich glaube, die andere Lösung ist auch okay. Und ja, ansonsten, was wollte ich sagen? Bei mir ist es relativ vielfältig mittlerweile. Ich mache viele DIYs, die werde ich immer, die lade ich immer sonntags um 12 Uhr hoch. Und dann gibt es noch ein Musikvideo am Sonntag um 16 Uhr, wo ich entweder halt ein längeres Video hochlade oder halt eben ein Video, was schon ein bisschen älter ist, wo ich dann anfange, die ganzen Lieder, die ich sonst in einem Auftritt hochlade, dann einfach nach und nach hochlade. Weil ich weiß, Tatsache, nicht jeder guckt sich ein Zwei-Stunden-Video an. Ich filme relativ lang. Ich versuche immer so viel wie möglich mitzufilmen. Und das als Inspiration, was hat man verpasst zum Beispiel auch. Es gibt so viele Bands, die unglaublich toll sind. Ich habe jetzt auch Bands gesehen, die nicht ganz meins waren. Aber das ist auch okay. Man kann nicht alles mögen. Ich bin tatsache eher so der Pop-Typ, Pop-Rock. Und habe aber eben auch, ich war bei den zwölf Tenören schon. Also das ist eben eher die Klassik. Im Januar gehe ich auch zu einem anderen Tenor. Aber das sind meistens so Pop-Tenöre, die halt auch ganz viel ihre Pop-Songs singen und nicht nur Klassik. Und ja, also dadurch, ich gehe relativ vielfältig. Wenn ich das Gefühl habe, mir gefällt es, dann gehe ich da Tatsache sehr, sehr gerne hin. Ich war jetzt auch bei Comedy, Astur. Ich kann die nur empfehlen. Ich mag die sehr. Die machen so eine Mischung aus Comedy mit Musik. Und ja. Aber ansonsten, wenn ich manchmal irgendwo war, wo es mir nicht gefallen hat, dann war es wirklich die Musikrichtung. Und dann ist es halt leider auch so. Ich hatte jetzt, wobei ich letztens eben auch so eine Musikband hatte, das war tatsache nicht ganz so mein Stil, wie sie die ganzen Sachen umgesetzt haben. Aber auch das ist okay. Ich weiß nicht, wer schon unterschiedlich manche Lieder gehört hat. Und der wird immer wieder denken, wow, was kann man aus einem Lied, wie unterschiedlich kann man das für sich interpretieren. Und das ist für mich immer so etwas ganz Schönes, wo mein Herz immer aufgeht, wenn ich merke, da hat jemand nochmal was anderes draus gemacht. Auch wenn es ja das gleiche Lied bleibt. Aber irgendwie klingt es halt doch immer so ein bisschen anders. Und ja, dementsprechend, meistens sind es die Auftritte dann auch, wo ich dann denke, vielleicht sollte ich das auch mal singen, weil ich singe selber auch. Ich werde bestimmt auch mal wieder ein paar Lieder vielleicht aufnehmen, wenn ich zum Singen gehe. Muss ich mal schauen. Ich hatte jetzt ein Lied aufgenommen, aber nicht bei der Gesangslehrerin, sondern zu Hause. Was ich aber selbst nicht hochladen werde, weil es tatsächlich ein sehr privates Lied ist. Und auch wenn ich sehr viel damit sehr offen umgehe mit diesem privaten Lied, so möchte ich natürlich trotzdem bestimmte Sachen aus dem Internet von mir raushalten. Und ich glaube, das versteht meistens jeder. Aber es wird wieder ein Lied kommen. Ja, hier, ich hatte dann zwischendrin festgestellt, als ich diese Schlänkchen gemacht habe, dass das bestimmt schön aussieht, wenn die Mitte dieser Blume so kleine Pünktchen auch bekommt. Ich habe es dann nochmal versucht, die Blumen so ein bisschen zusammenzupacken, dass die sich miteinander verbinden und trotzdem ihre Form behalten. Und wie gesagt, dann habe ich eben noch ein paar Pünktchen reingemacht. Ich finde den Stil tatsächlich sehr, sehr gut und es entspannt. Ich mag es, ich fand das wirklich, wirklich gut, dass ich mich da nochmal herangetraut habe und das für mich einfach genießen konnte. Ich mit den Händen was machen durfte und das Ganze dann einfach ausprobieren. Und überhaupt keine Scheu zu haben, wie was rauskommt. Und ja, ich habe damals in der Schule auch, da hatten wir so eine Projektwochen immer, wo man was machen konnte. Und ich habe dann Töpfern auch gehabt. Allerdings mit dem richtigen Töpferkurs. Da habe ich damals eine Vase gemacht. Ich finde die gar nicht schlecht, ich habe die auch immer noch, aber ich würde die jetzt nicht als Vase nutzen, sondern sie ist einfach nur als Erinnerungsstück da. Ich hatte, da war ich noch ein bisschen kleiner, da haben wir auch Töpfern gehabt, da waren wir aber nur einen Tag da. Und da habe ich dann eine Elefanten gemacht. Also schon als Kind fand ich Elefanten mega. Und dementsprechend, wer mich also kennt, ich habe unglaublich viele Elefanten in meiner Wohnung. Elefanten sind für mich einfach die Tiere, wo mein Herz aufgeht. Und ja. Ja, so dementsprechend. Ich habe gerade überlegt, ich will euch ja auch immer nicht komplett zuquatschen, aber ich finde irgendwo, ich habe festgestellt, mit der Musik unterlegen, das kostet teilweise so viele Nerven, weil mir irgendwo, ich habe nicht so oft Musik drunter. Mir fehlen manchmal so lizenzfreie Musikstücke. Und ich hatte beim letzten Video für das Epoxidharz, wo ich die Rose meiner Nichte eingegossen habe, ich glaube ich drei oder vier Mal hochgeladen, das Video, und jedes Mal sagte der mir, nö, da sind Urheberrechte drauf, obwohl ich es als lizenzfrei runtergeladen habe. Aber ich lerne noch dazu. Gerade wenn man ein bisschen größer wird, muss man natürlich wegen dem Urheberrecht auch aufpassen. Bei den Musiksachen, die ich hochlade, weiß ich, dass da ein Urheberrecht drauf sitzt. Und dementsprechend ist das dann auch in Ordnung. Ich möchte es aber nicht bei den DIY-Videos haben und dadurch, oder bei meinen Vlogs, wenn ich sie hochlade, falls ihr euch da, es tut mir leid, falls ihr euch da übrigens mal wieder einen Vlog wünschen wollt, oder würdet, dann meldet euch gerne, schreibt mir in die Kommentare. Ich gucke immer, wann passiert in meinem Leben etwas, wo sich das lohnt, dass man über den Tag hin mitnimmt, zum Beispiel. Oh, mir kratzt der Hals gerade. Ich habe anscheinend zu viel gequatscht. Und ja, ich zeige euch logischerweise nachher noch zum Schluss das Ergebnis. Wie gesagt, ich habe nicht ganz so viel jetzt einfach an Tempo gemacht, aber ich habe schon ein bisschen schneller gemacht, und aber dementsprechend ist das manchmal gar nicht so einfach, die richtige Art zu finden, wie schnell macht man es, wie schnell macht man es nicht. Manchmal denke ich rückwirkend, wäre ein bisschen schneller vielleicht doch besser gewesen, aber wie gesagt, da bin ich auf das Feedback von euch gespannt. Das Ganze wird jetzt übrigens trocknen. Ich habe es relativ lange trocknen lassen und das aber einfach so ein bisschen aus Zeitmangel. Es sind aber nicht ganz 24 Stunden. Es sind wirklich, ich würde es mindestens immer zwei, drei Tage auf jeden Fall trocknen lassen. Und und da aber so ein bisschen schauen. Ihr seht, so ein bisschen hat sich die Farbe ja verändert. Das heißt, vorher war es so ein bisschen nassgrauer. Jetzt ist es wirklich so ein helles Grau draus geworden und jetzt male ich das Ganze ein bisschen an. In der Mitte so ein bisschen so ein Silbergrau und dann so ein bisschen in den Gold- und Bronzetönen so ein bisschen gemischt. Ich habe es angefangen, Tatsache eben so wie jetzt zu machen, habe dann aber festgestellt, ich muss sie in die Hand nehmen und dementsprechend ja. Habe jetzt übrigens ein, zwei Sachen, wo ich überlege, dass ich die für Weihnachtsdeko mache. Eins habe ich schon als Set hier. Also ist jetzt kein Set in dem Sinne, aber ich habe mir alle Zutaten dazu zusammengeholt. Ich habe noch eine andere Idee gehabt, aber da bin ich mir gerade nicht sicher, soll ich es machen oder soll ich es nicht machen. Ich bin nicht ganz so der Weihnachtstyp, ich weiß aber, dass viele immer nach Weihnachtsdeko suchen. Ich kann zum Beispiel auch empfehlen meine Herbstdeko. Ich hatte letztes Jahr was mit Fliegenpilzen gemacht. meine Stimme ist ein bisschen hin. Ich bin gerade so ein bisschen, ja, ja, Herbstdeko, auch da bin ich immer so ein bisschen, ich bin eher so der Typ Deko-neutral. Und aber ich glaube, das wird dann auch irgendwann werden, dass man dann eben so halbwegs neutrale Deko irgendwie bastelt. Wie gesagt, das eine waren jetzt die Fliegenpilze für die Herbstdeko. Ich hatte vor zwei Jahren, glaube ich, hatte ich auch mehrere Videos zu DIY-Sets für Weihnachtsdeko gemacht, wo ich geguckt habe, funktionieren diese Sets überhaupt, wie ist die Anleitung gemacht worden. es gibt, ich hatte mir die hauptsächlich bei Raya geholt und an sich, ich mag Raya eigentlich ganz gerne, aber die Sets waren sehr gewöhnungsbedürftig. Also zum Teil haben einfach diese Anleitungen nicht funktioniert, was für mich eine Vollkatastrophe war. Ich habe es denen auch mitgeteilt, habe denen natürlich das Video auch geschickt, beziehungsweise es gab auch Sachen, die ich gar nicht hochgeladen habe, weil ich es gar nicht fertig bekommen habe und mir wurde zwar immer gesagt, ja, das Set wird gar nicht mehr produziert, ich weiß aber, dass es immer noch verkauft wird. Also Augen auf. Also irgendwie habe ich, glaube ich, irgendwie mit meiner Stimme gerade zu kämpfen, aber wie gesagt, es ist meistens, wenn man ein bisschen redet und ich war vorhin auch, ich bin ja, wie gesagt, gestern, also am Freitag weg gewesen, wenn ich das Video gerade fertig mache, es ist Samstag und vielleicht liegt es auch noch an gestern, dass ich da halt dementsprechend so ein bisschen mit der Stimme zu kämpfen habe, weil da ist natürlich meistens ein bisschen Rauch. Das Video übrigens von gestern, also vom 13. lade ich übrigens um 16 Uhr dann hoch und bin sehr gespannt, was ihr sagt. Ist auch eine Musikrichtung, die höre ich jetzt nicht immer. Ist auch gewöhnungsbedürftig und ich bin auch vereinzelt nicht ganz so der Fan von lauten Gitarren-Solos. Ich weiß, da gehen die Meinungen stark auseinander, aber ich bin wirklich ein Fan von Melodien und alles so ein bisschen sanfter, entspannter. Aber wie gesagt, das ist totale Geschmackssache und muss man für sich mögen oder eben halt nicht. Und wie gesagt, da war so ein bisschen Rauch immer und ich glaube, das tat meiner Stimme nicht so gut. Nun war es auf Arbeit auch sehr anstrengend und wir haben da einfach gerade ein riesen Arbeitsaufkommen. Einmal jammern. Aber ja, ihr seht, ich klebe es an. Es ist ein ganz normaler Kleber. Den hatte ich mal in einem Set mit bei von der Firma Raya und ich finde, der Kleber hat sich jetzt ganz gut gemacht. Es ist jetzt kein Specialy Kleber, sondern wirklich sowas ganz, ganz, ganz normales. Und ja, wie gesagt, dieser, das macht sich wirklich schön und ich, wie gesagt, diesmal mag ich auch das Ergebnis so ein bisschen. Ich zeige euch gleich nochmal ein schönes Foto, dann zeige ich euch das Ergebnis dazu nochmal und dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Ich verabschiede mich auch schon. Erstmal, ich lasse euch da mit den letzten Gedanken noch alleine und hoffe, ihr seid dann nächste Woche wieder da und wie gesagt, schreibt gerne Wünsche oder Anregungen oder Kommentare oder was auch immer gerne in die Kommentare. Bitte an den Ton immer denken, ich werde Kommentare, die nicht nett sind, einfach löschen. Also, bis nächste Woche. Tschüss! Das war's. Du hastio